Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu EA Sports Football Club. Nachricht vom FC Team Fantasy Football Club. Sieh dir unsere Fantasy FC Kampagne an, die jetzt im Ultimate Team live ist. Feier die entscheidende Saisonphase und erhalte Profi Upgrades anhand realer Leistungen. Folgende Inhalte sind jetzt im Ultimate Team verfügbar. Fantasy FC Profi SBCs, Fantasy FC Profi Aufgaben, Fantasy FC Cup, Fantasy FC Items und Fantasy FC Hero Items in Packs. Das melde ich jetzt bei Ultimate Team an und erhalte ein kostenloses 85 plus Einzelpack des eSports FC Team. Na gut, dann würde ich sagen, locken wir uns mal ein. Ich habe ein neues Transferziel tatsächlich. Leon Goretzk ist nicht die stärkste Karte vom Rating her, die wir kriegen könnten für das Geld. Wir könnten uns eine 90er Karte gönnen. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, weil die laden wohl ewig. Aber sagen, das ist das unnötigste Menü ever. Das Menü ist so schlecht. Ziele, ja, wenigstens die können wir abrufen. Die werden noch angezeigt. So, 7 mal 81 plus mal 2, okay. Das ist gut. So, da kriegen wir ein Maskottchen freigeschaltet. Oh, das war es ja neben Lilly. Oh, nein. J.P., da sind die Schuhe schöner gefärbt. Jo, nehmen wir. Ähm, FC Pro. Nee. Hm, stopp. Team C.Crafting. Zehn Abschlüsse. Ja, wow. Gut, kriegt man schon gute Sachen raus. Gruppenbonus. Future Stars Champions Bonus. Fantasy FC Cup. Nerea. El Sagira. Oh, okay. Es ist schon stark, aber die Füße ist es halt. Ich habe übrigens leider noch nichts geschafft für Lohmann. Ich habe echt Angst, dass ich es nicht mehr hinkriege, zeitlich. Müssen wir echt mal kurz, müssen wir echt schauen dann. Meilenstein jetzt von auf. Nee, auch da haben wir nichts. Ja, dann war ja so viel angezeigt, dass so viel frei wäre und dann ist einfach nichts da. Okay, well. Dann ist es so. So, spielen. Da kann man was mitnehmen. Natürlich nehmen wir da das mit, was coins bringt. Auch wenn es vielleicht weniger ist. Genau, da gibt es ab morgen weiter. Für Rhein. Evolutions. Wie gesagt, ich weiß, dass wir Lohmann haben. Ich weiß, dass Lohmann, können wir gleich mal aktivieren. Hallo? Dass wir Lohmann da aktivieren müssen. Also wer hat die 90? Okay, ist ja wurscht. Aber wenn sie 89 hat, ist das eine starke Karte. Ich dachte, dass sie 90 hat. Da haben sie das angepasst zufällig. Evolutions. Was haben wir denn neu an Evolutions? Weil wir haben 400 Evolutions-Punkte zufällig. Ich weiß nicht, ob irgendwas, wenn irgendwas dabei ist, wo wir sagen, boah, krasser Shit. Hier, die haben 90. Warum hat Lohmann keine 90? Das verstehe ich nicht. Aber Profis haben nur 88. Mittelfestprofis 89. Oh nein. Hätten wir die 90 machen müssen bei Lohmann. Scheiße. Das ist ja natürlich ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich. Aber gut. Shit happens. FS Sturmtraining. Daimann. 7, 8. Ja, gut. Vielleicht auch nicht. FS Steigerung. Oh, wir können sie nochmal steigern. Maximal. Ah, okay. Nein, können wir nicht. Und Lohmann wäre dann drüber. 86 auf 90. Benado Silber würde da reinfallen. Würde auf 92 hochgehen. Krass. Okay. Aber. Sarah. Auf 88. Habe ich schon schlechtere Karten gesehen, glaube ich. Ja, aber es ist trotzdem nicht der Hammer. Es ist solide, aber es ist nicht der Hammer. Okay. Beim Lohmann. Stopp für rein. Stadien. Da haben wir natürlich jetzt was wir hinzufügen können in der Ecke. Strukturtribünen. Nee, wo müssen wir noch eine Struktur dann? Nee. Spielfeld. Nee. Pokale. Ja, das ist scheiß Z weg. Das ist halt kein Pokal. Das ist einfach ein verdammtes Maskottchen. Das ist doch kacke. Das ist ja viel cooler, wenn sich Maskottchen rumbewegen würde, wie bei NHL. Das fände ich nice. SPC. Was gibt es da? Neues. Ach Gottchen. Solide Karte. McAllister. Oida. Drei Challenges. Was brauchen wir? 84,5. Nee. Alter. Finde ich 87 Karte, die vielleicht 88 wird. Nee, echt nicht. Kanté. Top-Spiele. Schatzen. Bobby Moore. No, 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 no. Schade. Aber okay, kein Problem, macht nix. So, Transfers. Da liegt eine Spielerin drin, die wir uns leisten könnten. Und zwar Nadine Kessler. Wenn wir deren Anker geben, dann hat die richtig starke Defensiv, Physis und Tempowerte. Und das ist eigentlich eine solide Spielerin, die locker als Einwechselspielerin klar gehen würde. Meiner Meinung nach. Also das müssen wir uns nochmal anschauen. Shop. Shop. Würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal um ein paar Packs. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Coins dazu. Vielleicht ziehen wir noch ein paar nette Karten. Let's go. Wie gesagt, wir haben noch 400 Münzen übrig. Äh, 400 Münzen, 400 Punkte. Kann man auch mal schauen, was da drin ist. Letztes Teil Adams. Oh wow. Wusste nicht, dass der mit Leidner Berners spielt. Rosengarten Malmüll. Das ist der Frauenclub. Die mit untauschbar seid, könnt ihr weg. Was gibt's hier noch für uns? Na, die behalten wir alle. Prime Gaming Pack. Aber die ganzen behalten wir mal. Müsste eigentlich auch das 85 Plus Item behalten. Eigentlich. Schlazic ist natürlich auch nicht das, was wir haben wollen. Das ist alles klar. Wie viel Draft-Druck. Wenn ich versuchen würde, Draft zu spielen, dass wir einfach Packs machen für, ähm, wie heißt es für Team of the Season. Und jetzt werden wir einen Überfluss, was wir bekommen würden. Und jetzt close. Und down. Na, kann man nicht tauschen. Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Da wandert das halbe Pack weg. So ein Pack hat mir das letzte Mal diese, ähm, Dingkarte. Heute haben wir wohl nicht so viel Glück. Brasilien, Zimper-Weißen-Mittelfeld, Newcastle, Göhmarisch. Ne, Joel Linton. Na, Ex-Hoffenheimer. Schließt sich uns an. Oh, toll. Das ist gut, dass wir die Silberkarten behalten können. Ha, 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 Aua. Das tat weh. Premium-Gold-Booster, das kann man auch noch verkaufen. Ey, auch ein schönes Logo, Brentford. Herr Flecken. Ehemaliger Bundesliga-Torvita. Ducure. Ah, schau, da kann man jetzt ein bisschen was verkaufen da oben. Also wenn sie es überhaupt verkaufen lässt, dann geht es ja schon mal los. Ja, das sind halt die Packs, wo ich jetzt sage, hm, sollten wir vielleicht behalten. Prime-Gaming-Pack, das können wir aber aufmachen. Das habe ich extra für heute geholt. Argentinien-ZDM. Und das war eine Nummer an Unbekanntheit diese Woche. Rodriguez 83. Und Draffinia, wie kommen wir noch dazu? Na, hätte schlimmer sein können. Die Jungs haben wir doppelt. Die können weg, den Rest behalten wir mal. Sehr schön. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt Nadine Kessler finden. Beziehungsweise Stopp. Ich vergesse immer, dass wir die auch noch haben. Da brauchen wir mal gar nicht nachschauen. Soundtrack Collection. Ah, ich vergesse es. Future Stars. Wow. 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 Lass ihn mal so stehen. Ja, dazu sage ich mal auch nichts. Weil das ist meiner Meinung nach nur noch das größte Frechheit. Untauschbar. Danke für nichts. Was haben wir jetzt hier? Fantasy FC Nano Pack. Für 100. Okay, dann bleiben wir uns 300 Punkte übrig für den nächsten Monat. Ist auch okay. Ja. Italien. ZDN. Arsenal. Totteno. Spieß mit deinem Arsenal. Ja. Schade, dass es nur ein 83er ist. Vorteil. Wir können die wenigstens verkaufen. Starke. Die ist tatsächlich. Also die Karte ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber es reicht halt auch nicht, dass du bei uns irgendwie spielen würdest. Außerdem bist du sowieso Leihspielerin. Ich dachte, die Items wären verkaufbar. Warum konnte ich die jetzt nicht? Achso. Oh Mann. Das war dumm von mir gerade. Aber ja. Jeder macht Fehler. So. Grundlagen 86 Plus Pack. Schön, dass es so 1000 Milliarden Packs im Überfluss gibt. Einfach im Markt überschwemmen. Fuck it. Überschwemmen wir einfach im Markt. So. Jetzt schauen wir mal. Nadine Kessler. Ne. Die Fantasy FC Hero Karte wird noch total sein. Fakt. 500.000. Die ist solide. Aber die wird auch fallen im Preis. Hier haben wir es nämlich schon. Die wird fallen im Preis. Aber die brauchen wir im Moment noch gar nicht. Aber ich möchte trotzdem eine stärkere zentrale Mittelfeld Karte statt Goretzka haben eigentlich. Und wenn wir die Dinge schon nicht bekommen. Wo haben wir sie denn? Hallo? Und wir haben von denen hier noch gar keine Karten im Team. Aber der Preis ist machbar. Lass mal schauen. Für unter 110 ob wir was finden. Das bedeutet natürlich für unseren Goretzka, der wandert jetzt erstmal auf dem Transfermarkt. Beziehungsweise müssen wir erstmal gucken, ob der nicht sogar hinten, ähm, also im Sabitzer auch noch, gell. Jetzt pass mal auf Verein. Team aufrufen. Weil egal wer da vom Platz gestellt wird. Entweder Depol oder Modric. Gell. Goretzka will mit 3 reingehen. Passt. Sabitzer ist halt untauschbar. Aber auch der hätte 3. Goretzka können wir verkaufen. Können wir im Rest nicht machen. Auf den Transfermarkt anbieten. Joey Leon. Und dafür gibt es eine neue Frau auf der Bank mit 80. Nadine Kessler. Der haben wir natürlich erstmal Profi-Verträge rein. Das ist die weibliche Version eigentlich von Michael Ballack mehr oder weniger. Und der geben wir einen Anchor. Warum geben wir der einen Anchor? Weil die Defensiv-Werte immens gepusht werden. Die könnte sogar direkt spielen. Krasser Shit. Ihr seht selber, sie hat dann 87 Stärke. Sie hat 83 Aggressivität. Sie hat 92 Fähre Zweikämpfe. Gretzka, okay, leckt ein bisschen Defensivbewusstsein. 40, 82 Kopfballpräsentation. 80 Sprungkraft. 92 abfangen. Das ist solide. Vor allem hat sie einen starken Abschluss. Das ist das, was eigentlich, glaube ich, Modric nicht hat. Was ein paar Leuten fehlt, dieser starke Abschluss. Den hat Kessler. Das muss man natürlich noch nachschauen. Welche Nummer hat Kessler denn eigentlich immer so gehabt? In Wolfsburg und Co. KG. Wenn wir die natürlich jetzt noch haben, können wir noch die richtige Nummer verteilen. Vielleicht hat er sie 10. Oder? Wenn ich nicht richtig sehe, sind die 13. 13 hat Alex Morgan die 8. Die 13. Die 8. Georgia Stanway. Die 8. Die 11 hat. Ja. Ja. forgot news. Sie hat in Wolfsburg gespielt, sie hat mit Deutschland gespielt, die 8 und die 13 sind natürlich scheiße. Das sind Nummern, die wir halt absolut nicht frei haben. Die 4 ist frei, die 8 hat Georgia Stenway. Die 13 ist besetzt, das hat Alex Morgan. Die 6 wäre noch frei. Oleg Goretzkas alte Ding, die 16. Die 21, 8 plus 13 geht auch nicht. Na, guck mal einer an. Bei Potsdam hat sie die 23, und was hatte sie in der Brücken? Die 10. Mit der 23 könnt sie Glück haben bei uns. Ne, die hat Jordan Huytema. Oh Gott, die 10 hat Kane. Die 23 ist besetzt. Die 10 ist besetzt. Sag mal, wie kann man so viel Pech haben? Da. Ja. Das war's. Das gibt es doch gar nicht. Hat die gar nicht mal so jemand in der Jugend eine andere Nummer gehabt haben, oder? Oh Mann, okay. 23, die 10, die 13, die 8. 32 wäre frei. Weißt du was, ich kriege dann auf die 17. Dann kriegt ihr einfach eine random Lieblingsnummer von mir. So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Charmin V und wir sehen uns dann wieder zu den Spielen hier. In Division 8 bei Rivals. Bis dahin, Charmin V, bleibt gesund. Wir sehen uns.